Radio Essen, der Tag in 5 Minuten. Am 12. April mit Stefan Weisemann. Guten Abend, schön, dass ihr dabei seid. Dann sind wir eben 2.000 Euro fällig, bis der Tank voll ist, um eben dann die Gerätschaften von A nach B zur nächsten Kirmes zu transportieren. 2.000 Euro für eine Tankfüllung, einfach Wahnsinn. Die Essener Schausteller haben es im Moment wirklich nicht leicht. Erst konnten sie wegen Corona 2 Jahre lang nur zwischendurch mal etwas Geld verdienen. Denn jetzt kommt der Ukraine-Krieg mit seinen Folgen. Neben den Spritpreisen fahren ja auch die Strompreise in der Achterbahn gerade steil nach oben. Die Schausteller hoffen darauf, dass Bund und Land noch mal Geld dazugeben. Aber es ist auch klar, Kirmes wird bei uns in Essen teurer werden. Da führt nichts dran vorbei. Die Kruger-Kirmes in Rüttenscheid z.B., die findet Mitte Juli das 1. Mal seit Corona wieder normal statt. Und eine Karussellfahrt wird dann 10 bis 20 Cent teurer, heißt es. An diesem Wochenende ist schon Osterkirmes in Borbeck. Da bleibt bei den Preisen alles noch beim Alten. Die Essener Schausteller hoffen endlich mal wieder auf eine normale Kirmessaison. Und nicht schon wieder eine Fahrt nach unten auf dem Freefall-Tower. Eine Mülltonne an der Krefelder Straße, Sperrmüll an der Breslauer und der Aachener Straße, ein Motorrad an der Kölner Straße. All das hat gestern Abend in Frohnhausen gebrannt. Und zwar innerhalb von einer halben Stunde. Da muss man jetzt kein Brandermittler sein, um zu wissen, hier hat jemand gezündet. Insgesamt 5-mal musste die Feuerwehr ausrücken. Sie hatte alle Brände schnell im Griff. Und es wurde Gott sei Dank auch niemand verletzt. Aber es bleibt natürlich die Frage, wer ist der Frohnhauser Feuerteufel? In der Nacht hat die Polizei direkt nach jemandem gesucht, aber niemanden gefunden. Jetzt hofft sie, dass Zeugen jemanden beobachtet haben und sich melden, auch damit die Menschen in Frohnhausen wieder ruhig schlafen können. Sie ist ein Sportplatz für alle und sie bleibt ein Sportplatz für alle. Die Schillerwiese in Stadtwald ist der einzige Sportplatz bei uns in Essen, den Hobbysportler einfach so nutzen dürfen. Lange wollte die Stadt zwei Fußballvereine aus Rüttenscheid auf den Platz umsiedeln. Dann hätten sich die Hobbysportler was anderes suchen müssen. Jetzt geht es in eine ganz andere Richtung. CDU und Grüne wollen die Schillerwiese nämlich richtig aufmöbeln. Sie wollen die Klos und Umkleiden auf der Anlage sanieren und auch Beleuchtung für die Abendstunden aufstellen. Außerdem soll es auch mehr Parkplätze geben, wo auch immer die da in Stadtwald noch hinpassen sollten. Die Stadt soll Vorschläge machen, wie die Schillerwiese besser werden kann und dabei auch auf die Hobbysportler hören. Ende September ist Zieleinlauf, dann soll es Ergebnisse geben. Zweiter Tag der Woche und zum zweiten Mal sprechen wir an dieser Stelle über Bude, Kiosk, Trinkhalle und Co. Heute hat in Altenessen der allererste Gesundheitskiosk geöffnet. In der Alten Badeanstalt gibt es ab sofort alle Infos zu Arztbesuchen, Formularen und Diagnosen. Und heute hat die Ruhrtourismus auch ihren Tag der Trinkhallen vorgestellt. Am 1. Samstag im August präsentieren sich die Buden im ganzen Ruhrgebiet. Aktuell sind rund 100 dabei. An der Hälfte davon gibt es auch eine gemischte Tüte mit Programm. Unter anderem am Bredeneyer Treff, am Kiosk die Windmühle in Holsterhausen und an der Trinkhalle Henschel in Steele. Was da ganz genau geplant ist, haben die Organisatoren heute noch nicht verraten. Nur, dass es da viel um Filme und Fußball gehen soll. Den Tag der Trinkhallen gab es schon zweimal im Ruhrgebiet. Beide Male war es an vielen Buden wirklich proppevoll. Das ist halt echte Pottkultur bei uns. Breitbeinig, sechs Russlandflaggen und Teile von Weltraumraketen im Hintergrund. So hat Russlands Präsident Putin heute nochmal den Krieg in der Ukraine verteidigt. Es gibt keine Zweifel daran, dass wir unsere Ziele erreichen werden, hat er heute gesagt und gleich noch hinterhergeschoben, dass die furchtbaren Bilder aus Butscha mit Leichen auf den Straßen für ihn ein Fake sind. Gleichzeitig hat der ukrainische Präsident Zelensky heute erzählt, dass fast täglich neue Massengräber mit toten Zivilisten gefunden werden. Er geht von Abertausenden von Opfern aus und sagt, dass viele von ihnen auch gefoltert wurden. Dafür sollen die russischen Soldaten verantwortlich sein. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Fortsetzung für den Frühling morgen. Es gibt einige Wolken über Essen. Die Sonne kommt aber auch immer mal wieder raus bei 21 Grad. Allerdings kann es vor allem ab dem Nachmittag auch immer mal wieder regnen. Die nächsten Nachrichten bei uns aus Essen gibt es bei Radio Essen wieder morgen früh ab 6. Bis dahin einen schönen Abend. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.